Hallo Leute, der ARTZ1005 hier mit Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Ähm, ich zeige euch jetzt gleich was und mir fällt zu dieser Kacke nichts mehr ein. Ich muss jetzt einfach mal wirklich so sagen, ohne Worte das Ganze, ich habe nämlich das Herzteil gefunden. Es ist eigentlich das leichteste Herzteil, das ist nämlich das hier in Kakariko und ich bin aus Zufall drauf gekommen. Eigentlich habe ich gedacht, das Herzteil war hier in einer Truhe, beziehungsweise das liegt hier. Wenn man sich da hinten aber die Wand mal genauer anschaut, sieht man da, oh, ich kann da Bomben legen und, äh, hm, vielleicht ist da ja was dahinter und so weiter. Und, äh, naja, ich, ja, ohne Worte und damit haben wir unsere Herzleiste tutti completely und ich bin immer noch ohne Worte. Ich bin fassungs- und sprachlos und alles zusammen. Ähm, okay. Wir machen es jetzt so, ich habe Ganons Turm nochmal kurz abgebrochen und, äh, mir das Ganze hier nochmal zu Gemüter geführt. Was nicht schlecht ist, wenn wir nochmal vielleicht eine, äh, Dings mit hätten, ein Zauber-Elixier. Oder ich suche mir jetzt schnell noch ein bisschen Magie zusammen. Das wäre voll lustig und so. Und voll toll. Und, äh, dann sehen wir uns gleich wieder in Ganons Turm, wenn es dann weitergeht. Und, äh, ich bin froh, dass ich das Herzteil doch noch gefunden habe. Äh, auch wenn das alles ein bisschen komisch war. Naja, in diesem Sinne sehen wir uns dann auf jeden Fall sofort in Ganons Turm wieder. Äh, bis denn. Und da bin ich wieder in Ganons Turm. Ähm, ich habe jetzt oben im zweiten Obergeschoss mal den Kristallschalter gedrückt. Das bewirkt jetzt, dass wir hier vorbeikommen. Zwar hier immer noch nicht, aber wir kommen jetzt schon mal hier vorbei und können die Bomben dadurch wahrscheinlich auch weiterschmeißen. Das heißt, ich probiere das jetzt einfach nochmal mit einer Bombe. Und ich hoffe einfach... Nein. Dass es funktioniert, aber ich... Ja. Ne? Das muss wirklich irgendwie perfektli geworfen sein. Nein. Ach komm, jetzt habe ich keine Bomben mehr. Leck mich doch am Seier. Das ist aber ganz schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Höh, 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 höh. Äh, also diese Räume, ne? Die hasse ich jetzt wirklich mal so gesagt aus tiefstem. Das ist ja so ein Dreck. Bloß den Schalter muss ich ja irgendwie drücken. Das macht sonst keinen Sinn. Und das bringt mir so auch nichts, ne? Das drückt das Ding ja nicht. Ne. Das liegt jetzt auf dem Kristallschalter, ja? Und plötzlich macht alles mal wieder keinen Sinn. Ach, scheiße! Jetzt habe ich keine Bomben mehr. So eine Rotze. So eine Rotze, echt wahr? Hm. Ich habe das Gefühl... Ich komme da du nicht weiter. Und das ist alles scheiße. Ach, wisst ihr was? Wir schauen jetzt einfach mal, wie weit wir kommen. Und, äh... Naja. Dann sehen wir's. Ist mir jetzt prinzipiell auch mal wurscht. Denn dieses Rätsel, da mit diesem Bomben werfen, das macht mich fix und alle. Das ist ja furchtbar. Das ist ja so ein Mist. Ne. Unglaublich. Unglaublich, unglaublich. Ja, ist egal. Also im Prinzip, wie man den Kristallschalter auch drückt, das macht alles im Prinzip keinerlei Sinn. Tja. Ne. Hä? So. Dann sind wir wieder hier. Zack. Okay. Nein. Ich wollte die Pfeile. Danke. Lüps. So, du kannst down gehen. Da ich mein Spiegelschild habe, macht mir das sowieso alles nichts mehr. Hier. Toll. Und so glitscht man sich da rein. Sehr schön. Okay. Herzen. So. Ah, ja. Schieberätsel sind immer schön. Nein, ich glitsche. So, jetzt nochmal probieren. Nein. Nein. Die, die. Nee. Da hängt Link immer etwas fest. Das ist nicht so schön. So, jetzt. Millimeter genau muss das gemacht sein. So, wie war der Kack jetzt nochmal hier? Ich überlege, ich überlege. Nein. Und zwar, wir blocken hier das Ding. Der kann mir nix wegen Spiegelschild. Moment. Ah ja. Und dann gehen die Türen auf. Okay. Das heißt, wir können das Ding jetzt wieder hochziehen. Und gehen da mal so weiter. Ah ja. Nächster Awesome Happy Fun Raum. Alter Falter. Laser of Doom. Haha. Ey. So. Einmal, wenn man hier schießen will. Ist einem das nicht gestattet. Kannst du mal hier so. Ne. Da muss ich erst wieder versuchen, den irgendwie in Reichweite zu bringen. So, eventuell. Jo. Könnte hinhauen. So. Ja, wir brauchen den großen Schlüssel. Den, den wir haben. Gannon-Statuen. Ähm. Tja, es geht weiter. Ich weiß nicht, was im Keller ist. Ach du heiliges. Mhm. Naja. Höfter mal was Neues, ne? Och. Holy fucking. Ich glaube, das war eher schlecht, dass ich das Ding hier gedrückt habe. Na gut. Wir machen das Ganze mal so mit. Ach du heiliges. Die, die, diese Viecher, die kennen wir doch auch noch. Waren die nicht aus dem ziemlich allerersten Dungeon? Ja. 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 Sinn jetzt aber wesentlich leichter zu besiegen. Alter. Nein, bleib stehen. Hm. So. Na komm. So. Wesentlich leichter zu besiegen. Ah ja, hier ist ein Schalteli. Okay. So. Zauberumhang. Und dann hier durch. Ach, dann können wir auch gleich noch so mit durchrennen. So, tala. Okay. Aha. Kanonen. Aha. Mhm. Sehr interessante Räume, muss ich schon mal wirklich sagen. Da drin kann man was aufsprengen. Äh. Wie kommt man da jetzt rüber? Kann ich nicht schieben? Nein. Okay. Vielleicht. Moment. Ich will das Link vielleicht so ein bisschen da dagegen rempelt. Allerdings. Ist das gar nicht mal so einfach. Vielleicht wenn ich so ein paar Schritte rückwärts gehe. Und dann. Jawoll. Ha ha ha. Sehr schön. Allerdings haben wir mal wieder keine Bomben. Das heißt, mir bringt das hier immer noch nichts. Ach, scheiße. Ich werde auch hier noch eine verflixte Bombe irgendwo mitnehmen können. Ha ha ha. Echt wahr. Es ist der Hass-Dungeon. Man merkt schon, die haben hier nochmal alles eingepackt und haben hier nochmal voll aufgefahren. Das merkt man schon mit. So ist es nicht. Allerdings eine klitzekleine Bombe, die könnte doch für mich so drin sein, oder? So schlimm ist es doch auch alles nicht. Heieiei. Ja, Pfeile, ne? Kriege ich Omas. Aber die brauche ich gerade irgendwie gar nicht so. Äh, Knochenritter sterben. Danke. Danke, eine Bombe und ein bisschen noch eine Bombe. Das heißt, wir gehen nochmal zurück. Schauen wir nochmal da runter. Und bomben uns diesen Geheim, äh, Geheimgang da nochmal mit auf. So, das heißt, ich stelle mich nochmal so hin. Nein, das war nicht so schön. Gehe ein bisschen rückwärts. Gehe ein bisschen rückwärts. Stell mich fast abseits. Und dann mache ich das Ganze so. So. Und dann geht's hier auf. Ein Feenraum. Jesus. Dankeschön. Ansonsten nichts Interessantes. Okay, Magie. Aber der Raum war eigentlich überwiegend für den Arsch. wirklich war. Der ist total optional und eigentlich überhaupt nicht nötig, sag ich mal. Okay, vielleicht ist das bei dem Raum im Keller genauso. Ich weiß es nicht. Äh, jedenfalls ist das mit diesen Bomben da im Keller irgendwie total komisch. Das macht überhaupt alles gar keinen Sinn. Ach, leck mich. Na, freilich. Am ansonsten geht's euch aber noch gut, ja? Mh-hmmm. Ansonsten ist aber alles klar, ja? Ja, es ist gut. Das ist alles sowas von schön. Na, logisch. Also wenn noch mehr Eis und noch mehr Scheiße hier drin kommt, dann kann es sein, dass ich gleich ausflippe. Wenn den Entwicklern nichts Besseres einfällt, wie mich hier so zu ärgern. Oh Gott. Äh, nee, ganz ehrlich. Das ist ja übel. So, jetzt ist die Frage, wäre da noch irgendwas Interessantes drin? Naja, mehr oder weniger, ne? Ja. Ich glaube ich... Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich muss weg. Ja. Lass mich bitte hier auf die nicht mehr Rutschi-Fläche. Danke. Häschen. Verpuffe-Häschen. So, wie schaut's überhaupt hier aus? 4S. Okay. Weiter geht's, würde ich mal sagen. Mh-hmm. Ah, überhaupt nicht bekannte Gegner, die wir überhaupt noch nicht gesehen haben. Zweiter Dungeon. Allerdings damals nicht mit diesem lustigen, äh, Down. Ja, unser Schwert ist halt auch viel stärker. Damals nicht mit diesem lustigen Wirbel, äh, beziehungsweise lustigen Laser. Aber wie gesagt, unser Schwert ist halt viel stärker, ne? Und das macht das Ganze wesentlich einfacher. So. Okay. Pfeile und Herzen und Bomben. Gut. Mh-hmm. Man sieht schon... Och, du Scheiße. Ist das rutschig? Ne, rutschig ist es nicht. Rutschig ist es nicht, ne? Das ist doch immerhin schön. So. Man sieht den Weg schon einigermaßen. Zumindest ich sehen. Dann ist das alles nicht das Thema. Sieht mir nach einem... ...Augenraum aus. Brechen diese Flächen? Nö. Aber es ist ein Augenraum. Okay. Auch nicht schlimm. Mh-hmm. Yes. Na dann. Sind das Knochen? Knochen-Besatz? Schaut mir weise aus. Okay. Sterb. Herz. Hm. Die Räume beeindrucken mich gerade überhaupt nicht so sehr. Ach, du Heiliges. Aber wenn ich hier drauf bleibe, dann komme ich durch, oder wie? Und plötzlich macht alles mal wieder keinen Sinn. Nein! Schnell weg, links, schnell weg. Ei, ei, ei. So, ich könnte aber auch hier wieder zurück, ne? So, hier wieder zurück. Ja. Das ist ein Raum, den man so im Prinzip nicht haben muss. Okay. Es ist praktisch einer von diesen. Genau wie der hier. Das ist wieder einer von, äh, solchen. Einer von diesen Räumen, die sich dann nennen. Ich zünde mal alle Fackeln an und schaue mir dann an, was da so passiert. Äh, ja. Genauso nütz, äh, unnütz wie sonst was. Aber das ist wurscht. So. Dann gucken wir nochmal. So. Trifft mich der Feuerwerber jetzt hier? Nein. Die Fackel kann ich von da aus anzünden. Die kann ich. Kann ich diese, durch diese Blöcke durchzündeln? Nein. Okay. Gut. Das heißt, ich muss das Ganze so mitmachen. Und runterfallen. Sehr gut. Okay. Nein. So wollen wir es nicht machen. Fackel, gehst du dann nochmal aus, bitte? Das wäre voll toll und so. Hm. Komm. Geh bitte nochmal. Ach, aus. Danke. So. Dann wollen wir das, wollen wir nochmal kurz ab, den Moment abpassen. So, so kann ich mich ungefähr hinstellen. Dann so. Nein. So. 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 Und, und. So. Äh, schaffe ich's? Ja. Gerade so. Okay. Okay. Augen. Haha. What the fuck? Ja. Die Augen sind heute wieder gut drauf. Wie komm ich da runter? So? Ja. Okay. Die sechste Eta. What the fuck? Räume, in die man so nicht reinkommt. Da muss ich mich irgendwo runterfallen lassen. Ja. Und auch im Keller fehlt noch so einiges. Beziehungsweise im ersten Stock. Ja. Verstehen Sie quasi. What the fuck? Jetzt bin ich ausversehen auf die Load-Taste gekommen. Das ist schlecht. Ich glaube, ich lasse mich nochmal kurz hier rausbringen. Sonst ist das alles... Scheiße. Ich muss nochmal kurz nachgucken, was ich jetzt wieder getrieben hab. Naja. Äh, ich würd sagen, wir machen dann für diese Folge Schluss. Mit der AC-105. Und, äh, man sieht sich beim nächsten Mal, wenn's weitergeht. Mit, äh, Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Bis denn und ciao, ciao. Bis denn, 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 bis denn